Auf der Herbstmesse werden eben viele tolle Neuigkeiten präsentiert, unabhängig von unserem Stand, was eben der Entertainment-Dauer ist, auf dem Modenschauen präsentiert werden, Fotoshootings, Styling-Tipps, tolle Mode. Sehen wir heuer auch zum ersten Mal ein aufblasbares Planetarium, in dem 25 Leute Platz haben und im Planetarium wird dann der Sternenhimmel projiziert und es ist eine fabelhafte Erfahrung, die man in der Herbstmesse erleben darf. Mittwoch, Donnerstag, Freitag ist der Zugang zur Messe kostenlos und Samstag, Sonntag gegen Bezahlung. Die Kleinkinder können jedoch im Kinderhotel der Messe direkt bei der Kita abgegeben werden oder sie finden direkt am Entertainment-Tower die Möglichkeit für Kinderanimation, Schminken, also es wird ganz lustig. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020